Einen schönen Juden, meine helle Freunde und Agrarwissenschaftler. Ja, heute ist Montag und ihr wisst alle, die mich kennen, was das bedeutet. Wir gucken natürlich absolut als erstes ins Derby rein, ob wir wirklich alleine den ersten Platz gekriegt haben. Aber alles weitere, wie immer nach dem Intro. Ja, ich will nicht zu viel versprechen, aber wir gucken natürlich rein und wir haben Gegners. Wir hatten Gegners. Gestern Abend war da noch nichts. Keine Ahnung, wo die herkommen. Auf den letzten Drücker. Was kriegen wir denn Schönes? Oh, so ein Hufeisen, so ein Gold, das wäre mir lieber gewesen. Oh, drei Schrauben, vier Äxte. Na gut, ich habe auch keine Diaz ausgegeben, aber es ist für den ersten Platz. Aber ihr kennt das ja selber, ne? So, wir gucken mal rein. Was hauen wir denn hier weg? Hier nehmen wir auf einmal die Äxte mit. Was ist das hier für ein Schub? Ja, muss ich ja sowieso bezahlen. Komm, wir nehmen die Schaufel hier. Auf jeden Fall das Puzzleteil. Auf jeden Fall die Klebis, auf jeden Fall die Blaupausen, auf jeden Fall das Puzzleteil. Und hier Dokumentenrollen mitnehmen. Hier dabei. Blaupausen. Und zu guter Letzt. Was machen wir da? Komm, wir hier die goldene Mitte. Können wir alles gut gebrauchen, aber wir nehmen die goldene Mitte hier. Komm, abholen. Dabei sein ist alles. Zack. Und wir gucken, welchen Platz wir gemacht haben. Also, derbi habe ich noch nie erlebt hier. Ich glaube, die müssen heute Morgen irgendwo reingekommen sein oder sowas. Zack. So, und wir sind... Boah. Abgestiegen. Wir sind... 21.000... Wir sind 20.000 abgestiegen. Oder wie sehe ich das jetzt? Ja, ja, ja. Ja, interessiert keine Sau den Zoll hier. So, derbi, wir hatten wirklich... Da sind wirklich noch welche dazugekommen. Gestern Abend waren wirklich... Quatsch. Das ist doch ein Fehler. Die sind alle bei mir in der Gruppe drin. Hier wird aufgezeichnet. Wir sind... Die sind alle bei uns in der Gemeinschaft drin. Hier. Ich habe Platz 2 gemacht. Das ist doch Fehler hoch 3. Heute gibt es sowieso einen Knallerfehler. Zeige ich euch zum Schluss. Und wie der aussieht. Aber allerdings würde ich mir das ganze Video hier mit kaputt machen. Also, ich zeige es euch zum Schluss. Wir wollen hier nicht lang schnappen. Weiter geht's. Mit der guten alten Maggie. So, was haben wir denn hier? Eine Dachterrasse. Wunderbar. Nur 45 Diamanten. Ist ja ein Schnäppchen. Wir bauen uns das hier mal zusammen. Ja, kann man machen. Kann man machen. Was haben wir denn hier? Boom, boom, boom. Ja, kann man auch machen. Kann man auch machen. Bunte Streifen da oben. Ne, dann machen wir alles nichts. Zack. Und was haben wir hier? Frische Stroh. Das hatten wir doch. Frische Stroh. Das hatten wir doch. Ach komm, wir machen das hier einfach mal so. Ja, ich finde... Ich bin gleich wieder da. So, weiter geht's. Leider wieder Programm. Ich weiß nicht, was damit stimmt. Ich denke mal, das liegt vielleicht... Na, ein Hell, den kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht. Kommt ziemlich oft vor. Das hatte ich mal ein, zwei Mal gehabt. Aber es kommt ziemlich oft jetzt vor. Ich weiß nicht. Vielleicht nochmal ein neues Update oder sowas. So, da wollte ich gar nicht rein. Wir hatten die Maggie. Hatten wir das? Ja, was wollte ich sagen? Ach so, den Schirm. Den Schirm finde ich eigentlich gar nicht so doll. Aber gut, haben viele stehen. Alles Geschmackssache. Alles Geschmackssache. So, haben wir hier oben. Schnäppchen. Jetzt haben wir sie. Wir haben die Schnäppchen. Ja, vier Schubkarten für 58 Diamanten. Super Schnäppchen. Hier haben wir wieder fünf Zäune, drei Bolzen, drei Bretter für 88 Diamanten. Und hier haben wir hier diesen komischen Winterherzzaun. Ja gut, wenn man diese Schnäppchen andauernd holt, hat man irgendwann die Zäune voll. Ja, was man denn so Schnäppchen nennt. Ich finde das immer faszinierend. Für 200 Diamanten. Was übrig hat, was übrig hat. Ich will da keinen von abhalten. Ich persönlich würde es nicht machen. Wie gesagt, ich mache auch den Farmpass nicht. So, wo waren wir denn nochmal? Ach so, genau. Derby. Derby morgen. Relax. Wir gammeln ein bisschen rum. Relax Derby mit Häschen. Mit Häschen. Also, könnt ihr alle schön Piano machen. Ich bereite dem entsprechend auch nichts vor, weil die Aufgaben kommen und dann kann man immer noch vorbereiten. Das ist am ganzen Tag Zeit, ne? Aber ihr müsst jeden Tag machen. Ansonsten geht das nicht. So, Fünfe kriegen wir hier nicht, ne? Doch, Fünfe kriegen wir auch. Komm her. Höh? Ach nee, zehn. Ach, fünf Diamanten. Nee, siehst du, wollte ich ja gerade sagen, Fünfe gibt es nicht. Gut, können wir nicht holen. Hatten wir ja gestern, war ja auch nur Gerümpel drinne gewesen. Im Übrigen ist euch aufgefallen, Frühling ist da, ein bisschen früh. Gut, draußen regnet es wie Sau, aber der Schnee schmilzt, aber Frühling ist da. Und mit dem Frühling ist natürlich der Fehler gekommen. So, wir sind auch am Ende. Nee, ich möchte in der Gemeinschaft, habe ich ganz vergessen, hier fast die, äh, wo ist sie denn? 115, glaube ich, war sie gewesen, ne? Hm, oder 100? Äh, da sehe ich die. Dagmar, Dagmar ist neu in der Gruppe. Heißt zwar nicht Dagmar hier, genau, jetzt finde ich sie nicht. Das ist jetzt natürlich. Bischie, da, da ist sie doch, 155, genau. Ilona's Paradise. Äh, die liebe Dagmar ist neu in der Gruppe. Herzlich willkommen. Ja, äh, damit, damit sind wir dann auch am Ende des Videos. Wie immer, viel Glück da draußen, schönes Leben. Euer Onkel Jens und bleibt noch dran. Ich zeige euch den Fehler. Wenn ihr, solltet ihr nicht, aber könnt ihr machen, in den Angelbereich reingehen und da ist der Fehler. Es wird wiederholt, es wird aktualisiert ohne Ende. Ihr müsst komplett rausgehen und dann wieder neu reingehen. Also, in den Angelbereich ist kaputt. In dem Sinne, schönes Leben. Euer Onkel Jens. Wir gucken uns das noch an. Jetzt haben wir den Vorführeffekt. Haben wir jetzt den Vorführeffekt oder haben sie es jetzt schon hingekriegt? Also, vor einer halben Stunde war es noch put gewesen. Ich scheine es hingekriegt zu haben. Dann ist der Fehler nicht mehr da. Schade, aber gibt es ja nun schon ein paar Stunden. Dass es sich wieder aktualisiert. Immer wieder aktualisiert. Man ist nicht mehr rein und nicht rausgekommen. Also, von komplett das Programm schließen und neu machen. Scheinen auch noch ganz andere Fehler zu sein. Dass man überhaupt nicht mehr reinkommt ins Spiel. Haben sie schon angeboten. Man sollte deinstallieren und neu installieren. Okay. Es geht wieder. Okay, dann ist es kein Fehler. Aber dann wisst ihr jetzt Bescheid. Es geht wieder. In diesem Sinne. Schönes Leben. Euer Onkel Jens. 터 kreisendet Musik Untertitelung des ZDF, 2020